Musik Lasst uns heute gemeinsam einen Blick auf die Dritte von 4,20 Euro Münzen des Jahres 2023 werfen, anlässlich der Erfindung der Rechenmaschine von Wilhelm Schickert vor 400 Jahren. Die Münze wurde am 3. August 2023 ausgegeben und hat die bereits bekannten Maße und Gewichte. Sie besteht also aus 925er Silber mit einem Gewicht von 18 Gramm und einem Durchmesser von 32,5 Millimetern. Dieses Mal trägt die Münze das Münzzeichen D, das steht für das Bayerische Hauptmünzamt in München. Wie alle anderen 20 Euro Münzen auch, wird diese in Stempelglanz für 20 Euro und in Spiegelglanz für einen höheren Betrag ausgegeben. Der Entwurf des Motivs stammt vom Künstler Florian Huhoff aus Berlin. Das Motiv zeigt die schematische Darstellung der Rechenmaschine mit einigen Funktionszusammenhängen. Diese wurde von Wilhelm Schickert im Jahr 1623 erfunden. Er nannte sie auch Rechenuhr und er nutzte sie, um astronomische Rechnungen zu erleichtern. Denn der im Jahr 1592 geborene Wilhelm Schickert war unter anderem Astronom und Mathematiker und zeitweise sogar Mitarbeiter von Johannes Kepler. Die erfundene Maschine konnte bis zu sechsstellige Zahlen addieren und subtrahieren und mit einigen weiteren Teilen konnte sie auch multiplizieren und dividieren. Also alle vier Grundrechenarten konnte diese Maschine ermöglichen. Meiner Meinung nach, der sich damit noch nie beschäftigt hat, für die damalige Zeit eine wirklich erstaunliche Erfindung. Und natürlich, die Münze hat auch eine Randschrift. Diese übersetzt bedeutet, ich habe eine Maschine konstruiert, welche gegebenen Zahlen verrechnet. Das ist die Kurzversion eines Satzes, den Schickert an Kepler schrieb, um über seine Erfindung, um über die Rechenuhr zu berichten. Das heute als kleines Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!